Hey Johannes hier von NewGadgets.de und wie ihr hier sehen könnt, habe ich wieder ein richtig großes Gadget bei mir und zwar den Dreamy H12 Pro Nass-Trockensauger. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann werdet ihr das in diesem Video erfahren, denn dieses Gerät, das kommt mit so ziemlich jedem Haushaltsschmutz in eurem Zuhause zurecht. Also viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt habe ich hier das gute Stück und hier auch noch die Ladestation und wie ihr sehen könnt, es ist schon recht groß und erinnert zuerst einmal an einen Staubsauger, aber es ist natürlich etwas mehr ein Nass-Trockensauger. Der hat hier auf der Rückseite, ich stelle ihn mal kurz auf, der hat hier auf der Rückseite einen Frischwassertank, könnt ihr hier entfernen, mit Wasser und ein wenig Reinigungsmittel befüllen. Und hier vorne haben wir dann einen Schmutzwasserbehälter, dort wird dann später das dreckige Wasser, also der Staub, alles was ihr aufsaugt, mit dem Frischwasser vermischt und hier in dem Behälter aufgefangen. Und ja, wie arbeitet das Ganze? Es ist eigentlich wie ein Staubsauger, nur dass ihr dann gleichzeitig auch noch nass durchwischt und das ist halt schon ganz cool, weil ihr eben zwei Arbeitsschritte in einem habt. Also ihr könnt mit dem H12 Pro einfach über euren Boden drüber wischen, wenn da Flüssigkeiten sind, wenn da Staub, grober Schmutz ist, wird alles eingesaugt und nebenbei wird hier vom Frischwassertank natürlich auch nochmal die Reinigungsbürste befeuchtet. Und da ihr da ja auch Reinigungsmittel habt, wird euer Boden schön sauber gemacht. Der H12 Pro, der verfügt über drei Betriebsmodi. Zum einen den Auto-Modus. Dieser ist immer defaultmäßig aktiviert, wenn ihr ihn einschaltet. Hier kann das Gerät die Saugkraft anpassen an den Verschmutzungsgrad und diesen Modus habe ich eigentlich immer aktiviert. Dann gibt es den Ultra-Mode. Hier muss man 30 Sekunden warten, denn das Gerät muss sich da erstmal drauf vorbereiten und hier wird am gründlichsten gereinigt. Zu guter Letzt gibt es auch noch den Saugmodus. Hier wird dann ausschließlich gesaugt, also die Reinigungsbürste nicht mit Frischwasser versorgt. Dieser Modus macht dann natürlich Sinn, wenn ihr eine große Menge an Flüssigkeiten habt, die eingesaugt werden sollen. Zwischen diesen drei Modi könnt ihr dann mit dieser Umschalttaste neben dem Power-Button einfach umher switchen. Im Praxistest habe ich den H12 Pro jetzt mal einem Härtetest unterzogen und Ketchup, Milch und Müsli auf meinem Boden verteilt. Und ihr hättet echt mal den Gesichtsausdruck meiner Frau sehen sollen, als ich einfach mal ohne Vorwarnung Ketchup auf dem Boden verteilt habe. Auf jeden Fall herrlich. Gereinigt wurde im Automodus, denn der erkennt natürlich den Verschmutzungsgrad und passt die Saugleistung dann direkt an. Wie man sehen kann, hat der H12 Pro hier absolut keine Probleme mit dem Schmutz. Einfach über den Ketchup drüber fahren und schon ist er weg. Hier habe ich jetzt auch nochmal ein umgefallenes Glas Milch, kann ja immer mal passieren. Und auch hier gar kein Problem, die Milch wird schnell und gründlich aufgesaugt und der Boden ist anschließend auch gereinigt. Dann haben wir hier noch ein weiteres Szenario, was durchaus mal passieren kann. Milch und Müsli. Ja, und auch der grobe Schmutz, der ist hier kein Problem und wird direkt aufgesaugt und landet dann im Schmutzwasserbehälter. Natürlich ist auch nur Müsli gar kein Problem. Ich habe mal ein bisschen Müsli hier auf dem Boden verteilt. Hier fährt man auch einfach drüber, wird aufgesaugt und landet dann natürlich auch im Schmutzwasserbehälter. Nach der Reinigung stellt man das Gerät einfach auf die Lade- und Reinigungsstation. Und dann drückt man hier oben einmal auf die Selbstreinigungstaste und schon wird der H2F Pro gereinigt. Danach wird im Trocknungsmodus die Bürste getrocknet. Das Ganze dauert ein bisschen länger und man wird es auch hören, denn die Bürste muss dabei natürlich ständig in Bewegung sein. Das Ganze ist aber natürlich wichtig, damit keine Gerüche und natürlich auch kein Schimmel entsteht. Von Zeit zu Zeit solltet ihr die Bürste aber dann natürlich auch nochmal von Hand und der fließenden Wasser etwas gründlicher reinigen. Das ist ja klar. Ganz wichtig ist natürlich, dass nach jedem Reinigungsvorgang hier der Schmutzwasserbehälter geleert wird. Ihr wollt da nicht tagelang dreckiges Wasser drin haben. Das ist klar, wird sonst ein bisschen stinken und wäre ein bisschen zu ekelhaft. Also immer schön leeren und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Wasser ausspülen. Es empfiehlt sich übrigens auch alle drei bis sechs Monate die Reinigungsbürste auszutauschen. Im Lieferumfang ist ja eine weitere dabei und Dreamy hat in seinem Zubehörshop natürlich auch noch weitere im Angebot. Der Dreamy H12 Pro ist der erste Nass-Trockensauger, den ich im Test hatte. Vorher hatte ich diese Geräteklasse noch überhaupt nicht auf dem Schirm und ich muss sagen, ich weiß gar nicht warum, denn es ist schon ein wirklich sehr praktisches Gerät. Bisher hatte ich ja nur Saugroboter und herkömmliche Staubsauger im Test, aber hier hat man natürlich so ein Gerät, was einfach mehrere Vorgänge in einem durchführt. Denn wir saugen ja hier den Boden trotzdem ab, wischen aber gleichzeitig auch noch den Boden nass durch. Es ist schon cool, zwei Arbeitsschritte einfach in einem Durchgang hinzubekommen. Vor allem geht das Ganze auch wirklich sehr schnell. Also meine Wohnung, die habe ich einfach innerhalb von wenigen Minuten komplett nass durchgewischt und eben auch gereinigt. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Ihr konntet im Video ja auch sehen, dass sich das Gerät perfekt dafür eignet, auch mal ein paar kleine Sauereien auf dem Boden aufzusaugen. Das kann ja immer mal passieren, dass ein Glas umfällt, vor allem wenn man Kinder im Haushalt hat oder auch Haustiere. Alles in allem war ich wirklich sehr zufrieden mit der Reinigungsleistung des H12 Pro und auch den Features, wie beispielsweise der Selbstreinigung und der Selbsttrocknung. Falls ihr Interesse an dem Gerät habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und wenn ihr Fragen zum H12 Pro habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.